Kurz nach den Zähnen kommt die Grossschar vom Bahnhof Luzern zu Schuhen, eingepackt in Neoprenanzüge. Mit dabei Roger Schuler. Er, seine zwei Brüder und ein Kollege machen vor allem aus Plausch mit. Es ist immer ein saulustiger Anlass, mit den Kollegen ein bisschen im Wasser zu sein, einen lustigen Sonntag zu verbringen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, ein bisschen Spass zu haben. 550 Wasserbegeisterte machen sich heute Morgen auf der Rathausbrücke startklar. Die Ausrüstung ist bei diesen kühlen Temperaturen natürlich das A und das O. Startschuss dann am Viertel vor 11 Uhr. Roger Schuler ist froh, dass es jetzt endlich losgeht. Top, top, ich bin richtig aufgeregt. Ich bin gespannt auf diese super Fahrt hier in der Rüse. Ich freue mich. Und macht sich jetzt mit den vielen Teilnehmern auf den Weg Rüse abwärts. Ich bin unterdessen auf dem Bäsenschiff eingestiegen und beobachte das Treiben auf dem Wasser. Die Crew auf dem Boot ist zuständig, dass alle heil Zins ankommen. Arbeit haben sie heute aber nicht allzu viel. Nein, das haben wir bis jetzt eigentlich zum Glück wenige Probleme gehabt. Es hätte schon gegeben, dass man manchmal an das Land und jemanden mitnehmen musste. Aber das ist eigentlich in der Regel die, die vielleicht zu kalt haben und zu wenig angelegt waren. In Thieriken gibt es die erste Pause. Neben der heissen Bouillon gibt es für drei Schwimmer auch etwas zu essen. Und schon läuft mir Roger Schuler wieder in die Arme. Auch er hat sich einen Becher geschnappt und zieht jetzt eine erste Bilanz. Ja, es ist noch ein bisschen mühsam. Es wird kalt, wenn man aus dem Wasser kommt. Und ich bin jetzt ein bisschen... Es macht mich nicht so an zu meinen Gumpen. Bouillon bringt auch nichts? Ja, ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Und schon bald geht es wieder weiter. Die Neopren-Anzüge werden zugemacht, damit nicht allzu viel Wasser reinläuft. Währenddessen Roger und seine Leute sich noch bereit machen, springen die Ersten schon wieder ins kühle Nass. Jetzt gilt es aber auch für Roger Schuler wieder ernst. Noch ein paar Stunden, bis wir zu eins sind. Auf was freust du dich am meisten? Auf eine warme Bratwurst und ein kühles Bier. Jetzt geht's und lässt sich Richtung Ziel weiter treiben lassen.